Berlin, 8 Uhr. Die Reise nach Kroatien beginnt. Nach unserem Zwischenstopp in Landshut ging es am nächsten Tag weiter durch Österreich und Slowenien nach Kroatien. Österreich haben wir durchquert. Jetzt stehen wir kurz vor der Grenze nach Slowenien und werden jetzt über den Wurzenpass rüberfahren. Und kein Urlaub ohne Regen. Auf dem Weg hierher hat es trotz blauem Himmel ein paar sehr dunkelgraue Wolken gegeben. Bei den Temperaturen um die 28 Grad war die kleine Husche ganz angenehm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.